Im nächsten Beitrag wird es um Syrien gehen, was ja sehr, sehr präsent war als Krisenherd im vergangenen Jahr. Und da hat Charlotte eine kleine Zusammenfassung für euch. 2016 war ein weiteres tragisches Jahr für Syrien. Seit den friedlichen Demonstrationen im Frühjahr 2011 brütet der Konflikt im Land weiter. Der Syrienkrieg hat bisher fast eine halbe Million Menschenleben gefordert und die Hälfte der Bevölkerung zu Flüchtlingen gemacht. Bisher ist kein Ende in Sicht. Regierungskräfte und nicht staatliche bewaffnete Gruppen verüben weitreichende Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverstöße. Gehandelt wird nichts davon. Syrien ist zu einem Land im Strudel der Gewalt geworden. Ehemalige Staatsgrenzen gelten längst nicht mehr. Im Osten des Landes wütet der selbsternannte islamische Staat. Und im Westen terrorisiert das Regime sein Volk mit Folter und Fassbomben. Beide Seiten begehen weiterhin Kriegsverbrechen und schwere Verstöße gegen das Völkerrecht. Wahllose und gezielte Angriffe auf Zivilpersonen sind zum Alltag geworden. Zentrum des Syrienkonflikts ist im Jahr 2016 vor allem das umkämpfte Aleppo. Unter anderem sind hier rund hunderttausend hungernde Kinder eingeschlossen und belagert. Hunderttausende warten auf Lebensmittel. Die eingekesselten Zivilisten erhalten kaum noch Hilfe von außen. Zerschundene Körper unter Trümmern prägen das Stadtbild. Frisches Wasser ist knapp und die Ärzte sind ohne Medizin. Aleppo ist zum Schlachtfeld für mehrere nationale, regionale und internationale Akteure geworden. Aber wer sind die Konfliktparteien in diesem Krieg? Da wäre zum einen das Assad-Regime. Der Diktator Bashar al-Assad will vor allem sein Land von den Terroristen zurückerobern. Assad galt als Hoffnungsträger der Nation, ist inzwischen aber zu einem ihrer Totengräber geworden. Die Assad-Gegner sind an die 350 Gruppen mit 100.000 bewaffneten Personen. Die Radikalen unter ihnen sind der Islamische Staat und die Fatah al-Sham-Front. Die Terrorgruppe Islamischer Staat belagert zivile Wohngebiete. Sie verübt gezielt Angriffe auf Zivilpersonen, Selbstmordattentate, mutmaßliche Anschläge mit chemischen Waffen und Bombenanschläge auf Wohngebiete. Auch für rechtswidrige Tötungen, wie zum Beispiel die Tötung von Gefangenen, ist der IS verantwortlich. Ein weiterer internationaler Akteur sind die Vereinigten Staaten. Die USA haben eine internationale Luftallianz gegen die Terrormilizen geschmiedet. Am Boden unterstützen sie kurdische JPG-Brigaden. Die Volksverteidigungseinheit soll als einzige den Dschihadisten gewachsen sein. Streitkräfte der USA flogen Luftangriffe auf IS-Stellungen und auch andere Ziele. Dabei gab es auch unter der Zivilbevölkerung zahlreiche Todesopfer. Seit September 2015 greift auch Russland in den Bürgerkrieg ein. Mit Kampfflugzeugen und Elite-Truppen will es das schwankende Assad-Regime am Leben erhalten. Vom Kaspischen Meer aus hat Russland Marschflugkörper auf Stellungen des IS geschossen, aber auch auf oppositionelle Gebiete. Der Einmarsch türkischer Truppen in Syrien richtet sich primär gegen die syrischen Kurden, aber auch gegen den IS. Ankara will das Assad-Regime stürzen und unterstützt deshalb Rebellengruppen. Auch Saudi-Arabien finanziert moderate und radikale Rebellen. Der Iran wiederum schickt schiitische Milizen zur Unterstützung Assads in den Krieg. Gegen Ende diesen Jahres haben Assads Regierungstruppen wichtige Bezirke von Aleppo eingenommen. Ein Hoffnungszeichen gab es für die eingekesselten Menschen in Aleppo Mitte Oktober 2016. Bombardements auf die syrische Stadt sollten ausgesetzt werden. Dafür sollte es Fluchtkorridore aus der Stadt geben. Aber auch diese Feuerpause währte nicht lange. Die humanitäre Lage wird immer unübersichtlicher. Auch der Anfang diesen Monats hat gezeigt, dass es keine Einigung im UN-Sicherheitsrat auf eine Feuerpause in Aleppo gibt. Russland stellt sich quer, weil es zu hastige Resolutionen nicht als Lösung sieht. Das Leid der Menschen geht damit weiter. UN-Nothilfe-Koordinator O'Brien sagte, Im Namen der Menschlichkeit, wir bitten, wir flehen, tut alles, um humanitären Helfern Zugang zu gewähren, bevor aus Aleppo ein einziger großer Friedhof wird. UN-Nothilfe-Koordinator O'Brien